Staub lauert überall, Dreck sammelt sich unter Tischen, Missgeschicke passieren, Brösel dringen in die letzte Spalte, Schmutz starrt von den Ecken, es beginnt der Kampf um die Sauberkeit, jeden Tag aufs Neue, mühsam, aufwendig und zeitraubend. Doch jetzt wird ordentlich Staub aufgewärbelt, denn wir haben den berühmten Bestseller Livington Prime mit über 200.000 verkauften Stück weltweit nochmals entscheidend verbessert, noch stärker, noch kräftiger, noch praktischer. Hier ist Livington Prime Ultimate. Livington Prime Ultimate verfügt dank des unschlagbar starken Lithium-Ionen-Akkus mit konkurrenzlosen 18,5 Volt über eine enorme Leistung, die eine unwiderstehliche Sogwirkung entfaltet. Damit bietet Ihnen Prime Ultimate eine Saugkraft, die Sie auf der Jagd nach dem Staub unerreicht erfolgreich macht. Staub erkannt, Staub gebannt. Hier ist der Beweis. Prime Ultimate packt sogar diese 3,7 Kilo schwere Bowlingkugel. Achten Sie auf die Gewichtsanzeige. Prime Ultimate hebt die schwere Kugel problemlos an. Und jetzt lassen wir die Schwierkraft ans Werk. Prime Ultimate aus und BANG! Die Kugel ist stark, aber Prime Ultimate ist stärker. Und das Beste, dank der innovativen Schnellladestation lauert der Prime Ultimate stets voll aufgeladen auf den nächsten Einsatz. Egal wann, egal wo, egal wofür. Sie entnehmen Prime Ultimate immer vollgeladen aus der Ladestation und nach getaner Arbeit lädt das Raubtier unter den Staubfressern sofort automatisch auf. Prime Ultimate ist in der Station immer optimal platzsparend aufgehoben und zu 100% geladen. Gegenüber herkömmlichen Akkustandgeräten bedeutet das keine mühsame Akkuentnahme, keine nervigen Standprobleme und nie mehr ein leerer Akku, wenn man das Gerät gerade benötigt. Prime Ultimate holt sich den Staub aus den Winkeln. Er legt den Dreck an den kniffligsten Stellen, macht Missgeschicke im Nu vergessen, schnappt sich die letzten Brösel aus der Ritze und triumphiert über den Schmutz. Zentimeter für Zentimeter durchdacht ist Prime Ultimate unerreicht vielseitig, extrem leicht, äußerst saugstark und das alles ohne Kabel, ohne Steckdose und ohne Beutel. Prime Ultimate ist das komplette Akkustaubsaugersystem, das Sie an Ihrer Seite brauchen. Holen Sie sich jetzt das überlegene Raubtier unter den Staubfressern. Livington Prime Ultimate